Und hallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rainbow Six Siege mit dem Chaos-Trupp, bestehend aus Ares, Petrite, Sarah, Olev und meiner Wenigkeit, dem Noem. Wir sind auf der Villa ... Beb, Villa, ja, Villa, Villa-Map, Villa-Map. Ja, kurzer Fassbar. Und, äh, ja, wie geht es euch denn so, liebe Freunde? Scheiße, weil die meine Mails gebannt haben. Gut, ich fand, das klang sehr niedlich gerade. Ja. Ja. Wir sind auf der Villa-Map. Fand ich sehr gut, fand ich sehr authentisch. Ja, aber kann ich sagen, wenn der doch authentisch. Ja, das war schön. So nicht an das. Warum auch immer so gestellt, ne? Ich find das lockerer viel geiler. Ja. Das war gerade Freischnauze. Ja, fand ich gut. Nicht so wie ich, ich krebs mich drauf. Ich freu mich auf Villa, ich find Villa unglaublich gut. Ich weiß nicht, ob ihr die beiden letzten Folgen abgeschickt habt. Wenn nicht, macht das auf jeden Fall. Leute, wirklich, ne? Guckt rein. Schreibt uns gerne eure Meinung dazu. Also, wir sind uns eigentlich bei dem einen ziemlich sicher auf der letzten Map, dass der einen Wallhack benutzen musste, weil er wusste Sachen, die er eigentlich entweder nur durch Drohnen oder... ...ja... ...Grid-Programme fissen könnte. Pass auf Cup-Kanal. So. Jo. 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 Und der Cam gesehen. Pass auf, wegen Spawn wegen der Windows. Wollen wir mal! Jo. 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 Joh. Jo. 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 Was haben wir gone? Oh fuck Doc is dead Da kommen wir unten Ja warte ich gebe den Balkon Und vielleicht war glaube ich jemand Das C4 ist gar nicht so weit geflogen Er ist aus Statue Aris Warte mal Oh man Alles gut Das war nicht dein Fehler Oh nein Ja Kapkan ist Arsch Das sind so viele Explosionen gerade gewesen in dieser Runde Irgendwie schon ne Kapkan könnten sie auch gerne das C4 wegnehmen Die wollen so spielen alles klar Spiel ich halt mit Braba Hast du echt mal Braba gezockt? Da wäre ich gar nicht traurig wenn sie ihn Rast wegnehmen Premiere Premiere Also wenn du guten Drohnen fahren bist und abhauen bist Das ist glaube ich ein guter Operator für dich Braba? Ja Braba ist das Braba ist schon gut Ja klar Mach doch Mach doch Top dich aus Geht ja Geht ja hier auch ein bisschen um Spielspaß Also primär Geht es hier um den Spielspaß Und wenn du da Bock auf hast Top dich aus War richtig witzig wäre es wenn die jetzt Maestro hätten Dann könntest du die Cam hacken Ich wurde letztens sogar von dem Maestro gefickt Als Defender Wow Frost Asami Ela Aber ich spiele gut im Team auf jeden Fall Eiskalt aber nur noch eine Drohne Lul Hallo Braba Oh Rauchfasertapete 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 Ich habe hier keinen Zünder drauf Ich bin doch so ein Trottel, Alter Ich habe hier unten Steps Hier steppt doch einer Hier läuft doch einer Ela Mains Sehr schön Danke Wenn du hier aufhaben willst Speedstuck beschreiben Schwerfas Ela ist main Ja alles entspannt Ich habe keine Drohne mehr Wollen wir kurz reingelotzen Aha Aha Ja Könnte mal wieder geputzt werden Achtung Hier ist ein Pieper Unten Ela ist unten auf jeden Fall Eine Cam übernommen Oder war Und direkt zerstört Ja Das ist Ela Keiner 17 Haben einen Pilz Astro ist Alle bei Und auf ping Ist Alle Sammy Sind wir noch da Schön Hela gone One of A 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 Klasse ziehen Wer ist der, den wir noch nicht aufgedeckt haben? Das wissen wir nicht Hinter am Tisch Ich kann planten Ja mach No No Fuck Alter Alibi Center durch Oh beim Reh, beim Reh, beim Reh Trophy Du kannst es durch Geil Rechts Frau Und geradeaus Denk du hast noch Claimers 11 Oh Gott Ich hab Hä, wie konntest du denn da durch? Ohne die Frost Ich hab die hier Ich kam nicht so weit nach oben Nicht das er von hinten kommt Ja, da kommt links Neuem Schön Leute Ja, das war ja Auf defu Ich bin auf Zeit Er defuert Er muss Ja gut Das war's Ja, das war's Schönes Ding Ja, sehr gut Endlich, Alter Geht doch Finally Rosa ist so böse zum planten Ja Das war irgendwie ein bisschen verwirrend Weil dein, ähm Da, wo du gestorben bist Genau da war, wo die Frosttrap war Ja Ich bin minimal Ja, ich bin minimal nicht reingelatscht Verdammter Scheiß, endlich Aber guter plant, definitiv Aber what the fuck Wie ich durchschnittlich zerbummst habe Junge, 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 Junge Ich weiß nicht, ob ich noch mal Bravas bin soll Ich hab halt nichts übernommen Wirklich Also ich bin mir ziemlich sicher Dass unsere Gegner in der nächsten Runde Äh Jekyll-Band werden Hahaha Alter Hm Ja Ich guck jetzt erstmal, was sie haben Und eventuell zeig ich Äh Um auf Brava Aber irgendwie Ist nicht so mein Operator Ja, schau mal, wie viele extra Sachen die haben Sonst gibt's eh nicht viel Oh, ist die Küche Ich weiß nicht, gerade eben war Gerade eben war Auf der anderen Map war Äh, hab ich ja Ram gespielt Und ich hatte mit Ram auf einmal gar keinen In der ersten Runde geöffnet Ich weiß nicht Wir haben halt Kapkan, ne? Wir haben halt Kapkan, ne? Kapkan und Ja Ja, aber gut Ganz ehrlich Kapkan Ich weiß nicht Roam, die sehr krass Das geht, ne? Ja, doch Ja Also wir haben Wir haben Ela Roam geschickt Äh Ich glaub da war noch Du hast zwei rausgenommen, mein ich Ich hatte zwei rausgenommen, ja Ah Zwei Roamer Müsstens gewesen sein Aris, brauchst du deine Claimer direkt? Meine was? Deine Claimer? Nö Nö Wieso? Magst du mal mitkommen? Ja, klar Und zwar Ich weiß nicht, ob du das schon kennst Ist hier ja so ein Drohnenloch Wenn man das aufschießt Da ist so ein Koffer Dann kannst du dir hier direkt vorstellen Stell dir mal davor Und wenn dann jemand gleich im Badezimmer reingehen sollte Wird er da sehr wahrscheinlich reinrennen Nice Oh Lange Er hat auf mich geschossen Das war alles andere, aber kein geiles Aim Egal, wo hast du ihn bekommen Mein Leben damit gerettet Scheiße, ich hab' den Kapkanen Kitsch Prost Jo Aber ein Geil Was? Ich blente Wo bennst du? Keine Kapkanen Ich bin hallo übernommen Einer hinter Bombe B Oh, fuck, alter Hetzt durch Einer B Okay Das Sami war Memo Achso Leute, ich bin noch nicht mal drin Das war keine, Alter, okay Hm Lacko auf Kitschen Würde mir voll stinken gerade an deren Stelle Neum Ne, er defused, einer defused, oder? Ne, ne, hat sich erledigt Neum ist um Alias Bauamt Jaaa Sauber Ja, ich hab Bauamt gemacht Ich hab' Sachen abgerissen, die nicht genehmigt waren Ah, ah Also, wie die EZ nur noch umfunden Ja, genau, genau Ah, perfekt Ohne Ankündigung Ohne Ankündigung Alter, okay Das ist aber Das ist gemein Also, Olaf auf Osa Läuft Das ist geil Ey, was spiel' ich denn jetzt? Die haben wir weggewandt Ja, komm Können's auch Fenrir, ne? Der ist auch da Sehr gut, alter Greyback Ich werd' lieber ein bisschen ab mit Camps Machst du die Setzt du die über die Hedge und machst die Hedge dann auf? Ja Nice Genau das hatte ich vor Da musst du aber auch in der Camp bleiben, damit die nicht von Brava übernommen wird Jo So, das ist dann mal ne Runde, die sich sehen lassen Ah, wenn man in der Camp ist, kann man die nicht übernehmen? Äh, doch, aber Ich kann die ja abschießen dann Er kann die dann abschießen Ja gut, okay, ähm, ne Ähm, welche Seite? Die rechte oder die linke Seite? Linke Seite Linke Die linke Du machen Jo Danke Aber ich spiel' eh vom Schlafzimmer aus kurz Jojo, alles gut Jaja, aber dass du da auch jucken kannst und dich da nicht wirklich so machen Ah, will jemand spawnpicken? Ja, ich hoffe, das wird was, ey Hab letztens auch jemand davon geholt Was gut Abgeguckt Ich find das so super, dass sich das so dass das so umgesetzt wird auch von anderen Ich find das cool Äh, ich hab damit auch angefangen Geil Das auf Champion Lobby ist das schon asozial Ja, Champion ist schon Schwieriger Schwieriger Ja, Alter Sorry Aber der war auch perfekt Der doch echt Hä? Moment, Amaro, Amaro Ah, ja, ja, Küche, Küche Äh, Küche Äh, Badezimmer Master Bedroom Stratree Gerichtung Top Red Ich hab 90 Cam Das Fenster hier ist offen, es wird reingedrohen vom 90 Window Hallo Wer hat meine Cam Na Sarah, das Windu hier Ja Glaub ich hab'n Ja Ja Kommt nach Kate War einer Ey, jawoll Aris Danke Lul Nice Schönes Ding Homm ich, Homm ich, Homm ich, Homm ich Homm ich Würde mir so stinken, wenn ich die wäre Hallo Oh, was geht's Junge Yes Tschüss Ja, Jekyll, komm Ich seh' einfach nur so ein Hinterteil wegrennen Ich geh' so in die Cam Ansicht von NoAim Ja Zauberer Okay, wo war der? Der war offen doch Ne, der war bei dem Window Hallo Könnt Wulf was sein? Ich auch schon mal kennen Also Study Window ist nix Okay Ja, das seh' ich hier aus Ich hör'n doch Schön auch Hörst du den Wulf? Oder wo hörst du den? Äh, ich bin Ja, 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 ja Erzähl mir mal wo Der ist, ach der ist, äh, Trophy rein Wulf Ninti 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 Ja, jetzt Ninti Geht drüber zu Augen Ich red ping hier zwei Kommt rein Tschöööö! Jawors! Ich will nicht darüber reden. Geholt ist geholt. Ey gorgeous. Die Amaru hat mich geflasht ne. Ich habe einfach auch die Waffe ausgepackt und auf die angefangen zu sprayen. Ela haben sie ja jetzt Impact Renaids gegeben. Hey, Unlucky, dass da Badezimmer reingekommen ist. Nee, der ist nicht Badezimmer rein. Wo denn? Astro? Ja, das ist Chubino, das war Mawo gewesen. Ach so. Dieser Tinkerstein ist seines Lebens aber auch nicht mehr froh gewesen, wie du den da weggehst in ein paar Tastare. Ja, der stand da mit seinem Köppchen aber richtig frei, also der, also, der war... Ich glaub, das ist auch ein Neuling. Im Level her würde ich das überhaupt nicht behaupten. Nee, stimmt, jetzt wo du es sagst. Aber vielleicht Max Platin 3. Ähm, habt ihr irgendwo einen Kampfspot oder kann ich frei wählen? Ihr könnt, du kannst frei wählen. Kannst frei wählen. Ui. Ah, dann mach ich das mal. Du kannst das gleiche, was du halt auf Trophy-Study gemacht hast, kannst du in Bathroom machen. Master. Master. Master Bedroom. Äh, der Head? Ja, wenn du ne Cam hast, ja. Mach mal das mal. Bin ja gespannt, ob er da jetzt nochmal piekt. Aber ich hab so ein bisschen äh Angst tatsächlich. Ich glaub, die schicken jemand anders. Oh, pass auf, Olaf. Jupp. Ich mach mal die Edge nicht kaputt. Aber hier noch Red Bulls zumindest schlecht. Nee, ich geh lieber weg. Ich geh weg. Soll ich deine Edge kaputt machen? Ja, mach mal einen. Von dem Window? Oh Gott. Hat nicht. Das war dumm. Ich höre rappeln. Komm, ich schlaffst du mal Rindo? Ja. Ein Trophy. Der Wolf. Der Wolf. Der Wolf. Der Wolf. Der Wolf. Der Wolf. irgendwie keiner piken du hast sie vergraut die haben braver ja die frage ist nur braver ist auch zeit wahrscheinlich zwei leute sind wasser in zeit maß da schon ist der maße brechen drei leute jetzt war es schön ein kleiderschrank okay wir haben mit schwedet alter aber ich habe ihren rausgenommen immer noch kleiner schrank einer der bestätige ja astro stairs oder ja astro stairs aber da ist noch eine thorn trap ja lass den kommen ich habe die 90 kem also wenn er top red kommt sage ich euch an rappel ich muss den nur in ihre richtung bringen sehr gut sehr gut ja das war es dann mit der weiteren folge und der map bilder jetzt habe ich es richtig lasst eine bewertung da in den kommentaren tobt euch aus schaut bei p5 bei dem nagashов von nares abchecken und bis da hin Ciao. Tschüssi. Bye-bye. Tschüssi. Tschüssi.